Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin's, euer Therapeute Macvorago. Nehmt euch Stuhl, setzt sich hin in eure Gruppentherapie und wir schauen, was wir hier als nächstes tun. Wir sind hier bei Let's Play. Obscur. Schön schön, dass du mir in die Anmoderation quatsch. Dafür gibt es nachher Schläge. Nein, ich klaue dir einfach die Brille. So, bevor wir aber hier loslegen können, habe ich noch ein kleines Anliegen, beziehungsweise eine Empfehlung für euch. Und zwar gibt es eine ganze Menge Let's Player auf YouTube. Gute, schlechte und habe ich hier mal eine Empfehlung von einem Let's Player, der sich eher im Bereich Simulationen befasst. Wenn jemand das MechWarrior Let's Play gefallen hat, dann sollte er mal vorbeischauen und zwar bei Solaris Games World. Und zwar der gute Solaris macht aktiv Landwirtschafts-Simulator 2013 und startet demnächst auch mit dem Titanium Update. Es startet eine neue Staffel Landwirtschafts-Simulator 2013 Titanium Edition. Also jeder, der Lust und Freude daran, Landwirtschafts-Simulator hat oder ein Simulator, sollte mal bei dem Solaris vorbeischauen. Sehr tolle Toys Let's Play, sehr informativ und gut. Sein Fahrstil ist immer ein Lacher wert. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr hinkommt, guckt einfach in die Videobeschreibung rein. Da packe ich für euch den Link rein. Und dann schaut gerne mal bei ihm vorbei. So, apropos vorbeischauen. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Wir sind mit dem Josh unterwegs. Der Josh hat hier schon ein sehr interessantes Blicken. Die Frage ist nur, wohin? Er schaut da hin. Mal sehen, ob wir das nehmen können. Alles klar. Schulzeitung. Shannon Matters hält die Leap-From-Fahne hoch. Sie ist die Siegerin beim Finale der Sendung Meister-Genie. Ah, die Shannon ist ein kleines helles Köpfchen, sozusagen. Und werden wir uns wahrscheinlich öfters brauchen. Dann haben wir hier zwei Dinge, die schon so förmlich vor sie hin blinken. Der liebe Josh schaut schon hier hin. Und zwar haben wir hier eine Speichertist. Das ist nämlich das Verrückte und Abgefahrene in diesem Spiel. Man kann einfach nicht speichern, wo und wie man will. Und man braucht nämlich diese Speicher-CDs. Nur mit den CDs kann man speichern. Damit haben wir jetzt eine und haben damit die Möglichkeit, das erste Mal überhaupt zu speichern. So, dann ist hier ganz offensichtlich noch ein Baseballschläger. Ein Baseballschläger, damit kann man etwas zerschlagen. Ja. So, äh, was haben wir noch so interessantes? Der liebe Josh hat eine Spezialfähigkeit. Wo schaut ihr denn hin? Ach, das können wir wahrscheinlich jetzt nicht nochmal die Zeitung anschauen. Da haben wir nochmal die Zeitung. Und zwar der Josh hat eine Spezialfähigkeit. Hier ist noch was zu erledigen. Genau. Man, seine Spezialfähigkeit ist, er erkennt, wenn es was zu erledigen gibt. So, nun können wir den hier hochnehmen. Wir können noch ein bisschen was auf uns einbringen. Weil es hieße, man kann damit Dinge zerstören. Ja. Er hat kein Geld dabei. Wer hat schon Geld dabei? Das schon. Ja. So. Wie schaut's ja noch? Was haben wir denn noch? Äh, können wir die Tür öffnen? Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Jetzt könnte man hier mit einem dieser Person reden, reden wir mal später. Ich glaube, wir müssen das Schloss knacken. Genau. Du hast ein Tamarinen-Karren ausgewählt. Mit den Tasten F1, 2, 3 und 4 kannst du deine Teamkarren jederzeit Anweisungen geben. F1, bitte dein Teamkarren, dir zu helfen. F2, gibst du, mit F2 gibst du deinem Teamkarren eine Waffe. Mit F3 forderst du dein Teamkameraden auf dir zu folgen. Und F4, äh, das ist das Gegenteil, bleib einfach an der Stelle stehen. So, die Shannon folgt, äh, mit F4. Okay, los geht's. Jetzt haben wir gesagt, sie soll folgen. Okay, ich bleibe. Und mit der 3 bleibt sie. Okay, ich bin direkt hinter dir. Das ist schön, Shannon. So, ähm, dann haben wir jetzt hier noch die, äh, Ashley ist das. Okay, gehen wir. So kann man die Freunde wechseln. Ich sehe etwas Interessantes. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Hm, mit der Tür können wir so weiter nicht anfangen. Mit F5 können wir jetzt wechseln zu Ashley. Die Ashley kann jetzt... Genau, die Ashley hat nämlich die Fähigkeit, Türen zu knacken. Nur gibt es ein kleines technisches Problem. Und zwar, äh... Das sollte ich knacken können. Das sagtest du schon, Shannon. Okay, wechseln wir nochmal zum Josh, weil es gibt nicht ein technisches Problem. Zum Knacken von Schlössern braucht man natürlich einen... Hallo, Shannon, schicker Tanker. Ich habe mich kurz ablecken lassen. Zum Knacken von Schlössern braucht man natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ein Draht. Okay, jetzt ist eine Tür mit dem Fenster drin, verschlossen. Das Fenster war rot markiert. Das war ja schon mehr jetzt offensichtlich. Wir hauen mal hier drauf. So, äh... Damit haben wir jetzt die Tür geöffnet und können in den Raum hinein. Und da blinkt es schon wieder ganz cool. Das ist wohl offensichtlich. Und zwar... Was haben wir hier gefunden? Eine Rolle Draht. Nun, äh, überlegen wir mal. Wir haben die liebe Shannon, die gerade ein bisschen im Weg steht. Ähm... Und eine Tür, die sich knacken soll. Und wir haben jetzt Draht. Das heißt im großen Ganzen, äh... Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Das ist schön. Er meint, hier ist noch etwas. Äh, dann schauen wir nochmal um. Ob hier noch was ist. Er schaut dorthin. Ah, ein Energy-Trink haben wir uns geholt. Mit diesem Energy-Trink können wir unsere Gesundheit wiederherstellen. Typisch Teenager Energy-Trink, alles wieder gesund. So, wir müssen jetzt mal auf die Shannon wechseln, weil wir haben ein Schloss zu knacken. Dann müssten wir hier... Hier haben wir den Energy-Trink, äh... Und jetzt haben wir... Ähm... Den Draht. So, jetzt sieht man auch diesen Progresspaar. Die müssen wir halten. Solange passt der Josh auf, dass die Shannon uns nicht so nahe kommt, weil sonst niemand anders in diesem Raum drin ist. So. Schloss geknackt. Äh, ich wechsle hier mal zum Josh, weil der Josh hat den Prügel. Hier gibt's nichts mehr für uns. Genau. Du hast es erkannt, Josh. Die Tür war das Letzte, was wir hier tun sollten. So. Sieht arg dunkel und düster aus. Wir schauen uns mal um. Okay, alte Aktenschränke. Wobei, eher Aktenschränke würde ich sagen. Das sieht eher aus nach Spinte. Was haben wir hier? Eine Tür. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Das heißt, wir müssen entweder auf die andere Seite kommen, oder sie ist nicht dafür gedacht, dass wir sie öffnen. Immer noch mehr Aktenschränke. Oh, da blickt etwas. Hm, das ist also der Innenraum. Ähm, hier blickt. Ja, schön wird dieses Ohr gesäusert. Wir gehen aber einfach zu dem Ding, was da blinkt und schauen mal, was der Josh dazu sagt. Hm. Eine Karte. Können wir die irgendwie benutzen? Sehe ich so jetzt nicht. Unsere Schule wird diese Nichtnutzer von Tiger Basketball Team spielen am Samstag schlagen. Okay, es geht um Basketball. Keine Ahnung, was ich mit der Karte Aufsicht hatte. Möter durchwührend ist auch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Blablabla. Genau. George Chuckman Blablabla. Just say no. Eine Anzeige gegen den Drogenmissbrauch. Das kann ich so nur unterstützen. Wir werden im weiteren Spiel auch sehen, warum das vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Wieder ein Getränkautomaten. Mal stehen, ob wir auf jeden Fall zuschauen können. Und... Aha, ja. Das ist aber jetzt ein kaputter Getränksspender. Komisch, keine Energydrinks. Ähm, hier noch was Interessantes. Soweit sehe ich hier nichts. Schauen wir uns mal weiter um. Äh, Prämisse wird natürlich sein, wir schauen von unten nach oben. Ähm, was haben wir denn hier? Staff Office. Äh, die Tür ist abgeschlossen. Scheint wohl der Grundtenno zu sein. Hier kann man die Tür nach außen. Ist ebenfalls abgeschlossen. Oh, noch eine Tür. Und was für eine Überraschung? Abgeschlossen. Josch, du bist echt kein Glückspilz. Ähm, immer nur abgeschlossene Türen. So, äh, schauen wir uns hier mal weiter um. Ein Nebengang, gell? Unsere Schule wird, wird diese nicht zunutze von Tigers beim Basketballspiel am Samstag in den Grund- und Boden spielen. Ah, alles klar. Aber nur wenn wir Candy finden. Ein sogenannter Trinkwasser. Okay. Was haben wir jetzt hier? Da ist die Mädchentoilette, die Herren-Toilette. Aktenschränke. Okay. Versuchen wir unser Glück erstmal mit dir Tür. Ah! Mal eine Abwechslung. Eine Tür, die sich öffnen lässt. Da blinkt etwas. Der Josh schaut doch schon hin, dann zacken wir es nochmal ein. Okay, Klebeband. Ähm, das haben wir ja schon gesehen gehabt bei dem Kenny, was man mit dem Klebeband anstellen kann. Nur fehlt uns momentan noch die Waffe. So, ähm. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay. Der Josh meinte, hier gibt's nicht mehr zu holen. Was ist das? Nein, das ist keine Tür. Hier haben wir noch ein Board. Das geht mich nichts an. Tja. Ist ja aber keiner da. Hätten ja trotzdem mal schnüffeln können. So. Äh. Okay. Hier die nächste Tür. Die Tür muss von ihnen verschlossen sein. Okay. Die Tür auch verschlossen. Vielleicht sollten wir es mal probieren, ob man mit Ashley da ein bisschen was türtechnisch knacken können. Äh. Da haben wir den Draht. Nein. Das geht nicht. Okay. Hier haben wir noch ein Board. Schauen wir mal ran. Ah. Ja. Die Basketballspielplan. Äh. Da sind die Gäste da. Es dreht sich wohl alle ziemlich um Basketball. Da konnte man schön sehen, dass... Ja. 2003, 2004. Passt ja auch bei der Spiel. Ist ja aus dem Jahre 2004. So. Äh. Ja. Das hatten wir schon gehabt. Okay. Versuchen wir unser Glück erstmal. Jungs Toilette. Ashley. Ja. Gehen wir mal in die Jungs Toilette. Nimm mal die Ashley immer mit. Damit es aber auch mal sieht, was da so ist. Oh. 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 Das sieht nicht gut aus. Ich glaube da verkrümmeln wir es schnell. Ähm. Da brauche ich noch wahrscheinlich eine Taschenlampe. So wie Kenny das ja in dem Intro gemacht hatte. Ähm. Wäre das hier wahrscheinlich der beste Weg. Okay. Die Mädchentoilette. Ah. Wenn das nicht schon ein Spoiler war. Wo es hingeht. Woher kommt dieser Luftzug? Ja. Just nochmal genauer werden. Okay. Das Licht ist nicht sehr schmeichelhaft. Naja. Hier stinkt es gewaltig. Naja. Ist ja halt die Mädchentoilette. Was haben wir hier? Ah. Keine Ahnung wie dieses Poster aufgehängt hat. Aber der Typ glaubt ernsthaft, dass wir von außerirdischen angegriffen werden. Noch so ein verrückter. Hä. Auch nicht schlecht. So. Was haben wir hier? Waschbecken. Okay. Okay. Aber der Tipp war ja an den Effekt hier schon die Geschichte mit dem Lüftungsgetter. Ah. Die Ashley geht nach oben. Zum Öffnen brauchen wir ein Werkzeug. Okay. Damit haben wir aber indirekt jetzt unsere nächste Aufgabe gekriegt. Wir müssen Werkzeug finden. Die Frage ist nur wo. Okay. Die Tür haben wir probiert. Hier um. Ich denke mal unten sind wir soweit durch. Da haben wir mehr oder weniger alles gesehen. Äh. Schauen wir mal hier unser Glück. Okay. Wieder immer Klassiker. Eine Seite mal rum abbiegen. Okay. Wir gehen mal ganz nach hinten. Äh. Okay. Ich sag das hier mal verschiedene Türen. Da wäre das wahrscheinlich das nächste. Wir probieren wir unsere Türen. Abgeschlossen. Ashley. Kannst du dich mal dahin bewegen? Ja. Den Draht haben wir schon ausgewählt. Ne. Die Ashley kann da auch nichts machen. Ne. Also Josh voran. Du hast den Prügel. Hier ist dann die nächste Tür. Ist auch abgeschlossen. Hier gibt es nichts mehr für uns. Okay. Das war schon mal eine Hinweisung. Ich habe gerade mal den Josh mal schauen lassen. Also direkt im Flur selber gibt es nichts für uns zu tun. Die Tür muss von innen verschlossen sein. Hier haben wir noch einen Poster. Uh. Eine Anzeige für ein Schönheitscenter. Hm. Tja. Die Frage nur ist. Was macht eine Anzeige für ein Schönheitscenter in einer Highschool? Okay. Hier haben wir noch eine Tür. Was für eine Überraschung. Ist scheinbar abgeschlossen. Es kann sein, dass die wahrscheinlich ein bisschen paranoid sind. Oder warum sind hier alle Türen immer abgeschlossen? Hm. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. So Josh. Unser geniales Basketballteam. Wir wissen, dass Basketball ihr super seid. Das haben wir schon gelernt. Oh. Oh. Was war das? Und hier schreit jemand. Okay. Ah. Hier ist wieder so eine Tür mit einer Glasscheibe. Wie wir das schon im Linksraum hatten. Da ist der Lösungsweg wohl relativ simpel. Einmal anklopfen. Josh. Bitte mal öffnen. Ah. Das ist hier der Schulraum, den wir erst gesehen haben. Auch ein bisschen dunkel. Äh. Mein schlimmster Albtraum ist es, hier festzuhängen die Regeln der spanischen Grammatik. Ha. Okay. Der Josh mag wohl kein Spanisch. Naja. Wem kann es verdenken? Wir denken immer PCs. Die können wir nicht benutzen. Oh. Der Josh guckt hier schon ganz interessiert auf irgendetwas. Ah. Eine Notiz. Die Karte von Spanien. Die Karte von Spanien. Okay. Ich denke mal der Schrank ist hier das Lösungskern. Die Frage ist in welche Richtung. Okay. In die Wand reindrücken. Cleverer. Können wir es von der Seite machen. Können wir es von der Seite machen. Können wir es von der Seite drücken. Okay. Killer Josh schafft das schon. Und da blinkt auch etwas. Das ist doch super. Und zwar ein Schraubenschlüssel. Der vermisste Schraubenschlüssel. Aber gut nun. Wir haben den Schraubenschlüssel. Wir wissen jetzt wo es jetzt weiterhin geht. Und das war es aber auch leider schon für diese Folge. Recht schnell ist die Zeit vergangen. Wir sind einen kleinen Schritt weiter gekommen. Haben die Ashley, den Josh und die Shannon kennengelernt. Und wie es weiter geht. Und was wir mit dem Schraubenschlüssel so anstellen. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Obscur. Let's play. Ich bin der Mac Wurago. Und sage damit Servus und Ade.